Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Flash, heute mit der hundertsten Folge und mit dem Zambay. Hallo. Hi. Achso, und wir spielen das Spiel, siehst du, ist ja Unilevel 3. Boah, die hundertste Folge? Ja. Ich hab mir schon mindestens drei angesehen von den ganzen. Immerhin, immerhin. Da bist du den meisten Zuschauern einiges voraus. Oh, jeder Part 2 aufrufen. Nicht ganz, aber fast. Okay, äh, oh, sieht schon mal viel schöner aus als vorher. Ach, nö, was ist das denn? Jetzt bin ich ja noch mehr verwirrt. Wieso denn? Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Aber das schalte nur um den, indem du dagegen rennst. Also, kriegst ja noch hin. Nee. Boah, Skype, warum kann Skype eigentlich so ein Bild nicht mal flüssig übertragen? Ja, geistige Behinderung, kennst du doch. Hä? Ja, super. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Und hier steht immer noch dieser so Titel-Tipp-Name, so Middle-Position. Was musst du dann wohl mit dem Schalter machen? Ach so, ach stimmt. Ich hab ganz, ganz vergessen, dass da unten immer ein Tipp steht. Ja, ja. You win. Schon, boah, du bist ja voll der Pro, das ist mal durchgespielt. Ja. Genau. Was? Gerade so angefangen. Ah, okay, einfach nur unter Wasser. Ja. Ist doch schön. Schon wieder geschafft. Wie soll ich denn dagegen schießen? Damit wahrscheinlich. Okay. Hä? Wie denn? Mit irgendeiner Taste kannst du bestimmt schießen. Damit nicht. Nein, das ist ja nicht schießen. Hahaha. Doch. Das Früchtchenkacken. Nein, nicht. Mit Leertaste oder sowas? Nee, das ist das ja. Nein, 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 nein. Das ist was anderes. Das brauchst du später erst. Das weiß ich. T, enter, hä? Womit denn? Irgendeine einfache Taste. Ah. Vielleicht mit der Maus klicken. Ja, eben. Maus, okay. Piu. Was jetzt? Was? Pastrois in Space. Was ist denn Pastrois? Keine Ahnung. Wie kann ich denn da durch? Achso, nach unten drücken. Okay. Ah, 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 ey. Nein. Was soll das? Nein. Jetzt brauch ich da eine Hilfe. Kannst du den... Ah, ballern. Rein ballern. Umkacken. Ja. Aber ich kack auch immer meine Schalter um. Besonders die Lichtschalter. Einfach so dagegen kacken. Hm. Hä? Speak friend and enter. Was? Friend und enter. Hier, ich hab doch friend gesagt. Hier steht unten. Enter. Wieso geht das nicht? Ah. Eintippen. Ah. So geht's. Äh. Make the right click. Was? Ach, open gate. Haha, cool. Voll cool. So was sieht man eigentlich voll selten bei Flash-Spielen. Ja. Dass man irgendwie so mit der Maus interagieren noch kann. Na. Nein. Oh. Nein. Nein. Fuck. Oh, alles ist zu. Ja. Worum geht das denn nicht? Warte mal. Hä? Wo bin ich... Hä? Was war das denn? Du gehst in den Hintergrund. Hä? Ich glaube, du bist aus dem Level-Gepaar. Ja? Wie? Ich glaube, du kannst dich da im Hintergrund einfach bewegen, oder? Ah ja. Okay. Ja, würde ich sagen, gehe einfach mal zum Rohr. Wenn du das so einfach darfst. Oder ja, oder so. Hä? Nee, darfst du nicht. Vielleicht den Schalter im Hintergrund umlegen, damit du da rankommst. Ja, stimmt. Stimmt. Du hast eine tolle Idee, nimm mal. Ja, ich weiß. Danke. Uuuh. Ah. Ich bin fett. Sehr gut. Hä? Ich will da du... Oh. Okay. Nach drei Minuten, ja. Ja. Was ist das? Krebs? Elephant Rave Party. Was? Kenn ich nicht. Das klingt einfach nur mit ganz vielen bunten Lichtern. Oh Gott. Wie fett. Hä? Fabel, du fett. Oh. Ich will, ähm, das mit dem Früchtchen rausschießen. Ganz oft machen. Ja! Rauskacken. In der fertigen Form. Back and forth forever. Ah. Hey, die haben so geile Ideen, man. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Müsste aber bald mal bestimmt irgendwas kommen. Also, falls ihr nochmal überhaupt geplant hat, ein Viertes zu machen. Ich finde es voll geil. Ja. Okay. Addieren und subtrahieren, was? Irgendwas mit Plus und Minus auf der Tastatur drücken, vielleicht. Ah. Ah. Plus. Wenn du Plus drückst. Jetzt drück mal ein paar Mal Minus, dann geht es bestimmt wieder zu. Jo. Okay. Slingshot. Was ist ein Slingshot? Enterhaken? Oder so? Ich... Keine Ahnung. Google mal. Kannst du dich bewegen? Nee, gar nicht. Kannst du mit der Maus... Nee, nee, auch nicht. Nein. Schon probiert. Versuch mal irgendwie so an die Blöcke über dir zu klicken, irgendwie so. Dass du dann... Töre ich da so... Nee? Nee, irgendwie nicht. Ähm. Kannst du den Elefanten mit der Maus hochheben? Ah. Ah. Ah, du kannst... Yay. Hui. Google mal gleich so. Nach den ersten zwei Sekunden. Haha. Nein, du sollst ja nicht die Lösung ergoogeln, sondern das Wort. Das kenne ich gar nicht. Ja, sowas wie, äh, das ist so eine... Ach, fuck. Doch, natürlich kennst du das Wort. Nein. So eine Schleuder, wo man Steinchen schießen kann und sowas. Wie kann ich denn... Das ist das Slingshot. Resetten, resetten. Panic. Ah. Ja, kann ich. Alter. Ey. Wie der... Wie scheiße der ist. Ja, oder so. Geht natürlich auch. Du musst ja trotzdem noch zum Schalter hinkommen. Nee, ich muss gar nichts. Ah. Gut. Ja, ja, ja. Boah. Ja. Ja. Und Pam. Wunderbar. So, und jetzt? Jetzt soll ich... Achso, ich kann wieder laufen. Ich wollte mich weiter, äh, durch, durchgehen. Okay. Ich weiß, wie das geht. Wie denn? A, B, C, D, E, F, G. Nee, ich glaub, das geht nicht ganz. Nee, da fehlen ein paar Buchstaben. Meinst du? Mhm. Wo soll ich denn wissen, welcher Elefant gemeint ist? Oder ist das Wort? Nee, äh, es hat mit dem Satz da zu tun. Mit den Buchstaben, ne? Okay. Du musst die Buchstaben in einer bestimmten Reihenfolge aufsammeln. Ja, ist schon klar. Das, deswegen hab ich auch noch nichts eingesammelt, weil ich die Reihenfolge nicht kenn. Ja, aber die steht eigentlich so gut unten relativ da. Du darfst nur nicht die ganzen Wörter vielleicht beachten. Urb? Urb vielleicht? Urb. Urb. Oder Urbs? Du kannst doch einfach die Farbe schreiben, wie die du am meisten in dem Raum siehst. Blue? Ja, und jetzt, lass, du nehmen wir einfach mal die Anfangsbuchstaben von jedem der Worte. Okay, ich seh, okay, okay. Toll, was soll dat denn? Wie soll man denn darauf kommen? Na, wenn man hier eine halbe Stunde drin ist und nicht weiter weiß, ne? Ach so. Oh. Ja. Oh Gott, wenn ich jetzt was anderes eingesammelt hätte. Hey, hallo, da bin dein, da bin dein. I, da bin dein. Oh Gott. Ach so. Oh nein. Oh. Oh Gott. Oh. Die Weißen tun dir nichts, ne? Oh. Okay, gut zu wissen. Na, nein. Du wirst jetzt für immer hängen. Nein. Fuck. Ja, am besten ist es wirklich, wenn die Weißen gerade kommen irgendwie, ich kann es schnell durchzulaschen. Dann habe ich schon, ma. Ey. Ma, komm. Ich warte jetzt hier. Nein. Kommt. Nein. Toll, ne? Ja. Boah. No. Ich habe es geschafft. Oh, ein anderes Fenster. Ach so. Okay. Hier meine Uploads, ne? Ja. Reicht das? Nein, nein. Du musst den Link, ey. Einfach kopiere den Link und öffne dasselbe nochmal im neuen Fenster. Aber lass es offen. Okay. Dann gehe ich auf meinen Kanal. Ja. Nein. Nein. Autoplay. Du solltest das Spiel nur nochmal. Ach so. Du solltest das Spiel einfach nochmal öffnen. Zweites Mal. So. Im zweiten Fenster. Ja. So, ich dachte ich müsste nochmal irgendwie einen Tab öffnen. Reicht das? Ne, ne. Ja, sollte reichen. So. Hä? Hä? Du darfst keinen Tab schließen. Ne. Muss. Das ist ja... What the fuck? Ja, jetzt gehe ich auf den zweiten Tab. Bin ich? Ach so. Ja, aber der zweite Tab leg den Schalter um. Ja, aber wie? Ja, einfach mit der Maus. Nein, geht nicht. Doch, einfach greifen. Nein, mach ich doch. Hä? Bisschen verbackt vielleicht? Warte mal. Nein. Das sieht auch irgendwie ein bisschen verbackt aus, wenn ich. Nochmal neu geladen. Ja, das Spiel beginnt sofort. Leg los. Voll verschoben, das ganze Fenster. Ja. So, ich kann da nochmal ganz rein, damit alles schön schwarz ist. Ja, toll. Der super, macht gleich mal alles kaputt. Oh, ich hab das Spiel zerstört. Da. Ich würde ihn eigentlich gerne mal nehmen. Geht doch. Hä, was hab ich denn jetzt anders gemacht? Gar nichts. Keine Ahnung. Wahrscheinlich musst du ihn nur einmal kurz anklicken, du hast die ganze Zeit dran gezogen. Kann auch so. Ja. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Alle, alle Wände töten mich. Okay. Kannst du dich durch die Luft lenken, oder was? Ja. Okay, mehrfache, muss ich mich jetzt hier töten, oder was? Oder mehrfach rein? Wieso? Ist doch offen. Ah, ja. Guck mal, mein Spiegel. Mein, 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 mein. Du weißt schon. Hä? Nein. Nein, wie oft muss ich denn da jetzt rein? Warte, ich nicht. Das war mein langsamstes Ich hier. Wie oft denn noch? Boah, da komm ich ja gar nicht drauf klar. Guck mal, wie dummeine anderen Ichs waren. Alter. Ja. Toll. Sagt der, der hier nochmal rein. Ja, nice. Scheiße. Oh, danke. So. Bombs away. Bombs away. Soll heißen. Bombs away. Kann die Dinger irgendwie. Hä? Äh. Keine Ahnung. Soll ich ihn wegbomben? Man muss sich irgendwas wegsprengen, ey. Bombs away. Zeig mir grad gar nichts. Nein. Nein, du bist schon da raus. Was soll mir das denn sagen? Bombs away. Was ist denn das? Ja, Bomben weg halt, ne? Ja, womit? Keine Ahnung. Mein... Hier. Wer kann ich nicht anbieten? Lol. Okay, jetzt weißt du, was du machen musst. Oh, oh. Ich würd... Nein! Oh Gott. Oh, oh. Hä? Du musst einfach dich zur Röhre durchsprengen. Oh, oh. Schon klar, Mann. Schon klar, Mann. Weiß ich doch. So, hier viel Spaß beim wegsprengen. Oh, oh. Ja. Ja. Von oben durch die Röhre reingefallen. Was? Arrive in the dark. Ach, Tex-Adventure. Switch and the pipe. Was? Was soll ich denn machen? Tex-Adventure. Jetzt musst du schreiben, was du tun sollst. Wie in einem Tex-Adventure. Ach Gott, ich hasse so eine Scheiße. Pulse-Witch, go to pipe. Wait a half. Das ist doch voll einfach. Hahaha. I have no clue, what you are saying. Nein, jetzt seh ich das. Okay, doch. Nein. Pulse-Witch oder sowas. Was ist das? Switch? Warum soll ich das schreiben, was... Ach so, einfach das reinschreiben, was da steht. Warum das denn? Ja, nein, du musst halt schreiben, was du machen sollst an sich. Normalerweise schreibst du Pulse-Witch. Ja, nein, aber man war ja rot eingegrenzt. Aber das kam mir dann doch ein bisschen zu einfach vor. Ja. Hat mich aber gerade an irgendein Spiel erinnert. Ich weiß nur nicht welches. Ähm. Cage the Elephant. Jemand auch mit... Nein! Mit der Zeitreise oder so. Scheiße. Hä? Wieso dehnen sich die Gitter? Keine Ahnung. Weil ich hier ausraste. Ah. Yeah! Yay. Hi Jam. Oh Gott. Hä? Ja. Okay, doch. Wow! Okay. Hm. Hä? Wow! Kann sein, dass jeder Sprung von dir höher wird? Ja, irgendwie schon. Okay. Das war schon... Cool. ...nicht normal. Trick the doors! Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwas mit den Türen machen. Ja. Wurde auch mal Zeit. Echt ey. Kann sich doch mal früher was einfallen lassen. Toll, dann geh ich jetzt hier durch. Ja, okay. Bitte? Ja, keine Ahnung. Was? Kuchen in den... Okay. Pie? Nee, Pie war ja mit... E. E. Aber trotzdem. Ui! Wo bin ich? Wo, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Trot. Ahaha. Ahaha. Pi in the sky. Pie, was solltest du denn heißen? Pie. Nein, Pie. 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 Da, da, ohne E. Da, wir haben sogar noch einen Special Gäst. Das ist Jessie. Ist nicht da. Ist nicht da. Hä? Was für Piemern, was ist das? Jetzt löse es mal, du Noob. Ja, Pie. Sollen sie Pie richtig schreiben? Genau, er noch am Saufen. Ein klein Capri, immer. Äh, so, ich schaue mal nebenbei. Ganz während des Weitere rumprobieren, ob du vielleicht erfolgreicher bist. Nö. Irgendwie. Ich google einfach genau jetzt Pie in the sky. Ja, mach das. Ich warte darauf, dass man nie mit ihm mal machen kann. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Äh, du solltest wahrscheinlich einfach nur... Ja gut, ist von Pie die ersten Nummern zahlen 3,14, also schreibt 3,14 oder so. Vielleicht geht das? Geht. Aber irgendwie... Aber irgendwie... Da fehlen noch mehr Zahlen. Da fehlen noch mehr Zahlen. Okay, du brauchst noch mehr. Warte, ich google wie lang... Pie. Was, Pie? Aber das ist Pie. Ist 3,141592. Sollte schon reichen. Nee, reicht nicht. Haha. Okay, dann noch 6,5. Ja. Ja. Okay. Mehr hat Google auch nicht angezeigt. Oh. Oh, oh, wow. Oh, du bist ein Raptor. Was ist das denn? Alter, wie schnell war ich denn? Du bist ein Raptor. Hallo? Highscore Boardsnake Champion. Was? Hahaha. Was soll mir das denn sagen? Geh ins Menü. Also auf Menü unten. Dann auf Scores. Boardsnake. Und da oben in der Ecke. Oben links in der Ecke. Kannst du Snake spielen jetzt satt. Achso. Hahaha. Ey, wer kommt denn da rauf? Hahaha. Keine Ahnung. Coole Menschen. Nein! Hahaha. Du musstest gewinnen, ja? Hahaha. Hahaha. Noch 1, 2, dann hast du es geschafft. Wurde auch nicht. Alter, jetzt mach fertig! Hahaha. Ich glaub, das ist schon längst fertig. Kann das? Nee. Ich glaub nicht. Ja, komm. Boah. Hahaha. Hahaha. Hör auf! Wahrscheinlich machst du 25 noch 1. Okay, WTF? Das ist wahrscheinlich schon lange. Ich, ich, ich brech den Weltrekord. Was? Hahaha. Jetzt mach! Hahaha. 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 Komm, als wenn das nicht reichen würde. Ich glaub du hast. Ich glaub du hast. Ja, das sollte schon reichen. Sonst wäre das ja total nervig. Hahaha. 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 Ja, die Tür ist auf. Boah, Gott sei Dank. Ey. Ich glaub wir hätten irgendwo eins aufsammeln müssen. Oder so. Ja, kann auch sein. Misplaced door. Okay, dann ist sie wohl irgendwo anders. Hier ist sie nicht. Da kann ich noch nicht mal rein. Ja, nice. Toll, wo sollen die sein? Die untere vielleicht? Hä? Hä? Muss ich verstehen, was du gerade machst? Ja, ich such die Tür. Oder soll ich einfach in irgendeine Tür rein? Ja, fang mal in hier die Tür rein? War ich da jetzt oder nicht? War vielleicht da oben? Irgendwie nicht. Nö. Okay. Jetzt war ich doch überall drin, oder nicht? Boah, warte mal. So wie ich das Spiel kenne, ist ja wieder voll gemein. Oh, doch nicht. Hey, es ist offen. Hä? Achso, du hast den Schalter umgelegt. Gut, aber... Du kommst immer noch nicht an dem Ding vorbei. Nee. Das ist eine lustigbare Wand, ne? Was ist das denn? Ach komm, noch zwei Stages, dann hast du's geschafft. Ich schaff das nicht. Ich will da durch. Ich will da durch. Was soll das sein? Warte. This place. Hey, lass mich. Boah. Hast du's? Nee. Okay. Jetzt war ich aber auch schon langsam überall. Ja, ich... Okay, okay, warte. Ich gucke in ein Walkthrough, was zwei Minuten dreißig geht. Oh. Okay. Hä? War da nicht gerade irgendwas? So hat sie jetzt gerade Hallos. Ich hatte Hallos. Ja! 28 bist du, ne? Mhm. Das ist zu weit. Point him up, ey. Ah! Du kannst die Tür mit der Maus schieben. Die zweite. Nee, ne? Was? Die zwei... Achso. Die untere. Lol. Wie geil. Kannst du... Wer soll denn darauf kommen? Keine Ahnung. Du hast das wie... Ja, du hast es gerade wieder zugemacht beim Hinlaufen. Der Dömel. Kann ich das nicht dahin machen? Ja, natürlich. Achso. Sisse, geht doch. Revenge of Amazing. Ein Labyrinth. Wow. Gott, nein. Nein. Bitte nicht. Nein. 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 Oh Gott. Nein! 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 Mach dich nicht über mich lustig. Nein! Warum mache ich denn zwar denselben Fehler? Da weißt du... Weißt du... Weißt du was? Stell ich mir direkt ein Kind vor, was die Hand auf den Ofen packt, rumschreit... Ah! Meine Hand! Meine Hand! Und danach die andere Hand nimmt und dasselbe nochmal macht. Kann ich denn? Warte mal. Ne, auch nicht. Hä? Wie kommst du denn an den Schalter ran? Von unten? Ah, hier. Ah! So ist geil! Ja, aber jetzt kommst du nicht mehr da durch. Doch, ich schaff das. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Pure Action! Oh Gott, das letzte Level! Hä? Door-to-door. Door-to-door. Basis-switching. Okay, warte mal. So? Ha! Ha! Wie nicht. Ne, vielleicht. Ne, vielleicht. Okay. Ich guck schon wieder. Schade. Kommst du schlecht? Ich kann sowas. Ey, das... Ey, der will dann noch nicht mal öffnen. Jetzt provoziert er mich. Hey! Ah! Was? Letzte? Jo. Äh, du musst dich bei der unteren... Komm, da kommst du nicht von alleine drauf. Du musst dich bei der unteren Tür hinstellen und die Kuchen da durchschießen, dass sie oben den Schalter umlegen. Alter, wer soll denn darauf kommen? Ja! Ja! Boah! Da hätte ich ja Jahre dran gesessen. Ja! Ich hab gewonnen! Oh, ich will mir nix geben. Oh Gott! Oh, jetzt kriegst du noch deinen Titel. Oh Gott! C! Oh! Das macht mich jetzt traurig. Toll! 23... 24 Minuten. Weißt du, ich wollte eigentlich was aufnehmen, weil ich relativ schnell hochladen kann. Und jetzt gibt's auch noch ne neue Grafik. PDF ist Folge 100, die ist special. Ja, okay, stimmt. Dann kommt das halt um 20 Uhr oder so. Und irgendwie knacken die Leute bei mir in letzter Zeit, wenn ich mit denen in Mumble aufnehme. Ja, tut mir leid. Ich... Ja, muted! Ich geh! Ich wollte dich halt schon immer knacken. Achso. Ich wollte dich eigentlich fertig machen. Okay. Okay. Gut. Dann, äh, hier, stell mal die Bildschirmübertragung weg. Das seht er jetzt nicht. Der braucht uns den nicht weiter beobachten. Boah! Ich hab auch gesehen, dass du World of Warcraft offen hast. Schenkt ihm alle... Schenkt ihm alle WoW Gold. Oh, als ob die einen Account hätten. Als ob die WoW spielen würden. Mhm. Als ob die wissen würden, dass du wieder spielst. Wissen die doch. Wissen die? Ich hab doch Winfury gemacht und dazu ein Video hochgeladen. Ach, was, was? Das hat gar nichts damit zu tun. Nicht? Nee. Genau, das ist in Wahrheit ein altes Video, wo ich sechs Jahre gewartet hab, bis ich das wieder hochladen wollte. Ja! So war das. Macht Sinn. Ja gut, dann, äh, war's das mit der hundertsten epischen Special-Folge. Ich bin cool! Mit dem Zombay, oder besser gesagt mit Zombay Laptop. Zombay Laptop, ja. Zombay Unterstriche Laptop. Also besucht mal den Kanal von Zombay Laptop. Ah toll, jetzt hat er wieder irgendwas gestellt, ey. Extra ein zweitkanal für die Videos, wo ich die Videos mit dem Laptop hole. Voll schwachsinnig. Das war ja überhaupt kein Unterschied in den Videos. Besonders wenn der hat selbe Mikrofon oder sowas. Ja, ja. Und alles selbe Render-Einstellungen und alles. Bis sechs irgendwie auf deinem Hauptkanal, Part sieben bis acht, äh, bis neun irgendwie auf Zombay Laptop. Ja. Ja. Gute Idee. Ja. So macht man Umsatz. Na gut, dann, sehen wir uns beim nächsten Part. Wenn ihr mehr sehen wollt, besucht unsere Kanäle. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.